frauen ansprechen kann man das machen sollte man das machen darum geht es jetzt hier in diesem video schon mal erst gestern habe ich in einem meiner gespräche mit meinen menschen klienten folgende frage gehört da hat mir einer gesagt matthew ich habe folgendes problem wenn ich frauen ansprechen will dann bin ich jedes mal so gehemmt und dann habe ich immer so ein bisschen so ein schlechtes gefühl dabei und dann habe ich ihn gefragt warum und seine antwort war ja weißt du ich mache mir als sorgen dass die frau wenn ich die ansprechen dann irgendwie denkt ich wäre vielleicht jemand der sie belästigen will oder ich wäre jemand der creepy ist oder weirdo oder ein schräger typ oder ich weiß ja nicht und irgendwie mache ich dann irgendwie doch nicht obwohl ich eigentlich das machen möchte und ich habe dann dabei aber immer diese stimmen im kopf von das kann man nicht machen und dann waren da zum beispiel diese vorfälle vor zwei jahren an silvester in köln wo ein haufen männern haufen frauen belästigt haben und ich denke mir dann so jetzt ist kurz wieder silvester vor der tür was wenn die frau das genauso sieht was wenn die dann auch wieder angst hat oder was wenn die dann denkt oh gott was was will er jetzt das sind ja eigentlich auch legitime dinge und vor allem ich weiß dass da draußen jede menge männer sind die genauso denken und das ist ja eigentlich was gutes ja du möchtest nicht dass jemand anderes einen schlechteren tag hat wegen dir und du möchtest natürlich auch nicht dass du persönlich schlechter wahrgenommen wirst oder schlecht überhaupt wahrgenommen wird von frauen die du ansprichst und was ich dir jetzt sage ist eben das was ich auch ihm gesagt habe du musst aber unterscheiden wann wirst du zurecht wie jemand wahrgenommen der schräge ist oder der unangenehme ist oder der irgendwie eine belästigung darstellt und man wirst du zu unrecht zu wahrgenommen hundertprozentig kannst du nie vermeiden dass jeder das also du kannst nie dafür sorgen dass hundertprozent der leute sich von dir geschmeichelt fühlen sich positiv empfinden und ich einfach ja positiv wahrnehmen es wird immer menschen geben bei denen kommst du nicht gut an das kannst du nicht hundertprozentig vermeiden das kannst du weder in deinen ganz normalen alltäglichen interaktionen vermeiden noch kannst du das vermeiden wenn du mit frauen spricht das heißt dass manche frauen nicht einfach irgendwie komisch wahrnehmen werden das kannst du nicht verändern aber du kannst dann eben hinterfragen nehmen sie dich zurecht zu wahr oder nehmen sie dich zu unrecht zu wahr wenn sie dich zurecht zu wahrnehmen zum beispiel wenn du jetzt zu einer frau einfach mal überspitzt das beispiel wenn du zu einer frau hingehen würdest du sagen würdest ja egal was geht manche frauen würden vielleicht lachen und das lustig finden ja aber ich denke mal so 95 bis 99 prozent der frauen also 99 von 100 ungefähr werden sich beleidigt fühlen und werden sich dann denken ja was für ein creepiger ekliger komischer typ und das ist dann zu recht einfach weil du dich nicht an soziale normen gehalten hast und einfach weil du dich nicht korrekt verhalten hast ja weil wenn das eine freundin von dir ist kannst du natürlich solche dinge bringen wenn das jemand fremdes ist weiß jeder irgendwo auch aus dem gefühl heraus geht nicht in ordnung wenn aber zum beispiel stattdessen hingeht und sagst hey weißt du was ich muss ich kurz ich muss ich kurz aufhalten ich habe dich gerade da drüben gesehen du bist mir aufgefallen du bist ein mega hübsches mädel hi ich muss ich kennenlernen dann wäre es zum beispiel so solange du nicht unsicher oder schräg auftritt dabei ist das eben keine belästigung es ist nicht irgendwie etwas wo die frau dann irgendwie schreit davon rein müsste rennen müsste oder so aber manche freuen wir uns vielleicht trotzdem so wahrnehmen nur in diesem fall dann eben zu unrecht weil du nicht irgendetwas getan hast wo man sich denken muss oh mein gott was ist denn da jetzt los das geht ja gar nicht sondern du warst ganz normal in absolut akzeptablen gesellschaftlichen normen unterwegs hast genügend soziale intelligenz bewiesen um ihr zu zeigen du bist zwar gerade jemand fremdes aber ich möchte ich gerne kennenlernen muss dich darauf eingehen aber hier ist schon mal ein kompliment mal gucken wie es läuft und das damit kann ich jeder mensch normal umgehen der normale im kopf ist so jetzt gibt es natürlich wieder radikale feministinnen die dann sagen oh mein gott eine frau anzusprechen das ist ja schon fast so was wie eine vergewaltigung ohne scheiß es gibt frauen die sagen so was also wirklich baller baller mädels aber da muss man dann auch wieder sagen ja was eine vergewaltigung ist definiert erstens das gesetz ja und da jemand anzusprechen ist nicht dasselbe verdammt noch mal ist wirklich nicht dasselbe und zweitens das zu behaupten ist irgendwo auch ein schlag ins gesicht für alle frauen den wirklich was passiert ist weil man das dann auch total verwässert und mit etwas gleichsetzt was absolut lächerlich ist im vergleich und deswegen auch hier weil das auch unter meinen videos neulich erst kommentiert wurde von jemandem der das wirklich in einem video öffentlich gesagt hat eine frau muss man halt auch wieder sehen okay es gibt da draußen verrückte lasst dich nicht von diesen beeinflussen das ist nicht eine gute basis um deine persönlichen handlungen darauf aufzubauen sondern deine persönlichen handlungen sollten auf deinem ethischen und moralischen kompass beruhen und basieren und das ist eben auch so ein thema viele männer sagen halt auch ja weiß nicht frauen ansprechen kann die machen so geht gar nicht klar weil irgendwo in der presse vielleicht mal berichtet wurde das pick aber irgendwie miese typen sind oder so oder weil vielleicht manche von denen auch tatsächliche spackos sind wie zum beispiel dieser kerl der gerade auf youtube so richtig zerfetzt wird dieser dieser jo ollie das ist einfach so richtig cringe fest ja irgendwie ständig zu 14 jährigen hingehen die anquatschen und mein gott das ist einfach unangenehm anzuschauen und wenn dann solche leute natürlich irgendwelche wellen schlagen und dann normale leute die einfach nur auf frauen zu gehen wollen und die kennenlernen wollen entsprechend dann über einen kamm geschoren werden das ist halt eben das gesellschafts decken ja weil die gesellschaft sich nicht die mühe macht zu hinterfragen hey was ist eigentlich das was ich für richtig halte wo sind meine werte was ist was hat mir meine moral was hat mir meine ethik so was sind die perimeter meines validen handelns was ich so dazwischen unternehme und was mache ich nicht einfach weil ich es nicht richtig empfinde und die meisten hinterfragen das eben nicht und dann folgen sie aber nur blind der masse und blind der masse zu folgen bedeutet dann über nimmst zum beispiel einfach die meinung aus irgendein bildzeitungsartikel wo es dann heißt pick ups und so man kann ja keine frauen ansprechen und das eben unfug du musst dir einfach selber überlegen stell dir mal folgende frage wenn du jetzt eine frau ansprichst und du bist respektvoll das ist die prämisse unter der wir jetzt gerade operieren ich habe auch gesagt wenn wenn du es machst mach es respektvoll und du gehst hier hin und du sprichst sie an was ist daran falsch wenn du hingehst und hier zum beispiel einfach ein kompliment macht und sagst hey weißt du was du bist mir gerade aufgefallen bist mega hübsch wollen wir sagen macht das ihren tag schlechter wenn sie persönlich in der agenda hat das männer so was nicht tun dürfen okay von mir aus aber hat das dann was mit dir zu tun nein ist das gesellschaftlich akzeptabel jemanden kompliment zu machen ja ist davon auszugehen dass die meisten menschen eher aufstehen und nicht sagen werden ich hoffe heute kriege ich aber kein kompliment ja finde ich ist ein valider punkt das nächste wenn du dich eben auch akzeptabel verhältst du wenn du zum beispiel dann nein zuhören bekommst und du dann nicht ekelhaft wirst und einfach nur sagt okay dann schönen tag noch dann hast du nichts getan was ethisch oder moralisch verwerflich ist und dann gibt es natürlich noch das argument mit ja okay aber wenn du jetzt in die frauen ansprichst und dann sprichst du irgendwie jede an dann ist es doch irgendwie scheiße weil was wenn du dann einfach wenn sie dann das gefühl hat das ist jetzt nur eine masche von dir oder dann darüber kann sie doch aufgebracht sein ja im prinzip ist das richtig im prinzip kann einfach wenn du jetzt jede frau ansprichst oder immer wieder dieselben ansprichst und immer wieder das gleiche sagst und die mädels das dann schon öfters mal erlebt haben was ja vorkommen kann dann ist es irgendwo natürlich nachvollziehbar dass manche sich dann denken so boah ist so eine dämliche verkäufermasche und das geht ihnen dann auf den sack und die werden dann auch negativ reagieren aber nur weil das andere so machen heißt das nicht dass du das automatisch zu machen musst oder dass das automatisch bei dir so dahinter stehen muss und wenn jetzt zum beispiel du einfach wirklich nur eine freundin kennenlernen willst oder eine freundin finden willst oder wenn du einfach nur mit einer lady in der kiste landen möchtest bei der das genauso ist die das genau dasselbe sucht wie du und du nicht vorhast irgendwelche mädels anzulügen oder sonst irgendwas dann spricht trotzdem nichts dagegen einfach auf diese art und weise in ein gespräch einzusteigen und wenn sie es dann persönlich nimmt weil sie sich denkt schon wieder einer mit dieser masche und du was ehrlich meinst dann musst du das ja nicht auf dich beziehen und muss dann auch nicht weggehen und dann sagen oh gott scheiße jetzt wurde ich irgendwie enttarnt als als jemand der pick up tricks anwendet oder so sondern dann kannst du einfach zu ihr sagen hey ganz ehrlich ich weiß nicht ich kann ich für die anderen typen sprechen die dich angesprochen haben ich habe dich jetzt einfach so angesprochen weil ich mir gedacht habe wäre eine gute eröffnung für das gespräch ich fand ich einfach heiß ich wollte ich wirklich kennenlernen wenn darauf keinen bock hast alles gut ja so ich werde ich nicht aufhalten aber so wo ist das problem und ich verspreche dir da ich selber schon seit elf jahren über 15.000 frauen angesprochen ist es so dass manche frauen eben tatsächlich denken du bist jetzt irgend so ein typ der in der masche fährt oder so und wenn du ihn das dann erklärt hast kommen die runter weil die realisieren okay wir haben jetzt gerade nicht den typischen spaß die vor sich so der einfach nur versucht ihnen einen scheiß zu erzählen um sie in die kiste zu kriegen und danach loszuwerden weil das nicht ehrlich meint mit ihnen sondern sie haben jetzt gerade jemanden vor sich der integrität besitzt nämlich der selber nur die dinge tut oder die dinge sagt für die auch steht und das ist eben was ich auch gerne dir mitgeben möchte schau mal auch wenn da draußen leute sind die dir sagen werden ist es nicht in ordnung frauen anzusprechen auch wenn da draußen leute sind die dir sagen werden ja kannst du nicht machen weil keine ahnung dann denkt jeder du bist ja wie soll so ein abgespaceder pick up oder so oder du bist irgendwie so ein schwieriger typ oder sonst irgendwas dann sage ich dir scheiß auf die meinung von diesen leuten nur weil da zum beispiel einfach nur mal als beispiel nur weil jemand politiker ist heißt das nicht dass er automatisch in der npd ist nur weil jemand frauen anspricht heißt es nicht automatisch dass er sich mit einer riesigen mit einem riesigen kollektiv von irgendwelchen leuten identifizieren muss oder mit irgendjemand anderem der in diesem kollektiv unterwegs ist ja und auch wenn zum beispiel im klassischen pick up es so ist dass da viele leute einfach nur techniken benutzen oder tricks benutzen um eine frau in die kiste zu kriegen und am ende halt einfach ihre eigenen interessen zu bedienen aber nicht die interessen der frau dann heißt das trotzdem nicht dass du automatisch genau dieselben miesen tricks abziehen muss wie jeder andere da draußen oder dass du dieselbe agenda verfolgen muss oder dass du denselben move machen mussten was du nicht korrekt findest du machst du machst das was du richtig findest und das andere nicht und wenn dich jemand konfrontiert und sagt er sprichst du die frauen an dann kannst du ihm genau das sagen weil du darüber nachgedacht hast weil du eben nicht blind der ganzen masse folgst und einfach nur stumpf etwas übernimmst was du noch nie durchdacht hast sondern weil du dir selber ganz klar seine gedanken darüber gemacht hast was findest du richtig und was nicht wenn es so richtig eine frau anzusprechen und ihren kompliment zu machen warum auch nicht ja was ist daran falsch was ist daran falsch daran ist nichts falsch findest du es richtig einfach so auf eine frau zuzugehen weil du ein mann bist und weil frauen ihrer rolle im normalfall einen haufen shit dafür ernten wenn sie auf männer zugehen oder wenn den männern nicht ernst genommen werden ja natürlich dafür ist es doch vollkommen in ordnung wenn ein kleiner teil der mädels die ein bisschen blamplam sind und nicht damit umgehen können dann irgendwo so was sagen wie ja das kann man nicht machen oder so ist doch deren meinung ist doch nicht ist doch kein problem drittens wenn du für dich persönlich entschieden hast dass das ein guter einstieg ist auf eine soziale und intelligente art und weise in ein gespräch rein zu gehen unabhängig davon ob das andere genauso machen weil sie vielleicht auch meine videos gucken oder videos von anderen leuten erst von mir übernommen haben oder so dann weißt du auch okay dass das vollkommen in ordnung eine frau so anzusprechen und dann kannst du auch für dich integer in dem moment einstehen wurde ich jemand dann einfach darauf hinweisen sagt ja den spruch habe ich schon zehnmal gehört dann kannst du sagen ja okay kann ich nachvollziehen ist ja ich brauche ein guter hoppen ja und wenn du einfach dann nicht anfängst dich zu entschuldigen oder irgendwie dann so klein beizugeben und angst zu haben oder was denn was dann merkt die frau auch hier habe ich tatsächlich mal mit jemandem zu tun der real ist und der echt ist und dann wird es auch gut finden in den meisten fällen und dann kriegst du da auch relativ easy in den guten flirten kriegst relativ easy ihre telefonnummer wenn du weißt wie du danach fragen musst falls nicht hier können wir dir irgendwo so ein video einblenden ja ich habe schon viele videos zu den ganzen themen gedreht also irgendwo hier wird eins auftauchen dass ich in der post production einfügen und dann kannst du darauf klicken weißt du nachher auch wie das funktioniert und dann hast du auch einen guten flirt gehabt und dann weißt du auch okay ich habe die jetzt angesprochen und ich habe in den meisten fällen ihren tag besser gemacht und vor allem in vielen fällen wo ich den tag besser gemacht habe kriege ich am ende auch ihre telefonnummer kann damit dann mit ihr auf dem date landen und kann dann schauen dass ich diese frau in mein leben ziehe als affäre als beziehung je nachdem was sich daran heraus entwickelt und was du auch möchtest und was auch die frau möchte und das ist es was ich zu dem thema sagen möchte war es einfach auch weil ich es auch wichtig finde dass es mal gesagt wird weil es gibt so viele stimmen wo es immer wieder heißt das kannst du nicht machen oder wenn du es machst dann bist du irgendwie so und so ein typ wie gesagt nur weil du jetzt im bundestag sitzt heißt das jetzt automatisch du bist so wie alle anderen in allen anderen parteien oder heißt es einfach nur du bist du und du bist teil von von der gruppe die vielleicht dasselbe macht oder was ähnliches macht das heißt ja nicht dass du dich damit identifizieren musst oder dass du im großen und ganzen dann nach den werten von irgendwelchen pick-up leuten handeln musst du da so sondern du kannst einfach für dich persönlichen mann sein der frauen anspricht weil du es selbst für richtig hält und das ist es was ich selber auch wirklich verfolge wo ich sage hey ich mache das was ich für richtig halte was ich für fair halte was ich für ethische moralisch korrekt halte und das kann jeder tun und dann kann sich auch jeder ficken der dann kommt und dann einfach sagt das ist nicht in ordnung was du machst weil wenn du es vorher durchdacht hast und nicht einfach nur stumpf drauf los handelt sondern am ende dann bereust was du getan hast weil du es doch nicht richtig findest dann brauchst du auch auf solche leute nicht zu hören und dann brauchst du vor allem auch nicht deren meinung blind zu übernehmen und wenn du jetzt persönlich an den punkt stehen solltest dass du sagst okay stimmt ja sehe ich auf jeden fall auch so und frauen ansprechen ist definitiv etwas was ich schon lange tun wollte und diese hemmungen habe ich mit mir rumgetragen weil ich einfach kein arsch sein wollte dann machte ich das ja eigentlich nur zu einem guten typen ja dann daumen daumen nach oben dafür du bist halt einfach kein wichser aber auf der anderen seite ist eben auch so wenn du sagst du dich blockiert das immer noch dass du selber nicht weiß wie kannst du es denn machen wie was kannst du denn sagen wie kannst du es denn anstellen damit du nicht wie ein creep oder wie ein schräger typ wahrgenommen wirst du damit es eben für die frau nicht unangenehm ist weil du bestimmte dinge machst die einfach nicht cool sind oder wenn du persönlich einfach nicht genau weißt wie du im flirt vorgehen sollst damit du am ende auch richtig coolen flirt hast wo die frau auch begeistert ist und ich cool findet und all das dann kann ich dir anbieten ich helfe dir sehr gerne dabei ich habe schon tausenden männern geholfen wirklich erfolg ein flirt zu werden und sich nicht nur zu überwinden die frauen anzusprechen und das gut zu machen sondern auch tatsächlich erfolg dann mit den mädels zu haben und einfach aus dem nichts heraus mal eine kennenzulernen zu seiner freundin zu machen oder mit der kiste zu landen wenn es gut passt oder eine affäre draus werden zu lassen und das ist meiner meinung nach auch wirklich das ist das beste was du für dich selber tun kannst und für dein leben dass du das lernst dass du raus findest wie kannst du einfach auf eine fremde frau zugehen kannst sie ansprechen und kannst du für dich begeistern so dass sie einfach auch teil von deinem leben sein möchte so dass du nie wieder in die position kommst dass du irgendwie keine ahnung hast wo du irgendwelche mädels kennenlernen sollst weil das ist ja auch das was dem ganzen zugrunde liegt wahrscheinlich bist du auch hier weil du denkst ich würde gerne frauen kennenlernen ich würde gerne ansprechen aber bis vielleicht noch dann an dem punkt dass du hinterfragst ist das nicht richtig und wie gesagt wenn du dabei hilfe möchtest bei diesem ganzen prozess werden das schon ultimativ oft geschafft dann kannst du einfach hier auf dieses e was wir einblenden draufklicken und kann sich für ein kostenloses beratungsgespräch eintragen und wenn du am ende des gesprächs das gefühl hast hey das war eine geile sache und du möchtest gerne mit mir zusammenarbeiten dann haben wir auch diese option und dann können wir dich ebenfalls dorthin pushen dass du wirklich ein kerl wirst der super super erfolgreich ist mit frauen und man ich kann dir nur sagen dass das geilste was ich selber mit meinem leben jemals gemacht habe und ich kann dir nur sehr viel erfolg unterwegs wünschen und unabhängig davon ob wir sprechen werden oder nicht oder ob wir zusammenarbeiten werden jemals oder nicht wünsche ich dir einfach nur sehr viel erfolg bei der implementierung dieser gedanken die ich dir hier mitgeben wollte und dass du dich nicht in zukunft davon abhalten lässt dass du sorgen hast dass irgendjemand was über dich denken könnte oder dass du irgendwie nicht cool rüberkommen könntest ja was die anderen denken deren gedanken verhalte ich einfach nur korrekt dann hast du dir nichts vorzuwerfen und ich finde eben frauen ansprechen ist definitiv eine korrekte verhaltensweise und wenn du meine hilfe dabei möchte ist eben nicht auch noch als unangenehm wahrgenommen zu werden weil du nicht weiß was du tust du weißt wie man helfe findest viel erfolg ist wie man helfe findest du